Maite Kelly wuchs als Teil der Kelly-Family selbst in einer Großfamilie auf. Inzwischen ist die Schlagersängerin auch als Solokünstlerin mega erfolgreich, doch ihre Familie steht an erster Stelle. Die Ich-brauch-einen-Mann-Interpretin ist Mutter von drei Töchtern. Von ihrer Erstgeborenen musste sich Maite Kelly allerdings schon verabschieden. Die Beziehung zu ihrem Mann Florent ging 2017 in die Brüche. Seitdem ist Maite Kelly offiziell Single, doch ihre drei Töchter verbinden sie nach wie vor mit ihrem Ex. 2006, 2008 und 2014 kamen die Mädels zur Welt. In der Öffentlichkeit stehen Maite Kellys Sprösslinge nicht. Im Interview mit PromenewsTV sprach die 44-Jährige dafür aber jetzt über einen Moment mit ihrer Ältesten, der ihr besonders schwer fiel. Denn Maite Kellys Erstgeborene ist inzwischen ausgezogen und studiert im Ausland. Zunächst sei auch alles super gewesen und die Sängerin habe noch beim Umzug geholfen und ein Abschiedsessen veranstaltet. Doch beim Abschied wurde sie dann doch emotional. Dann hat sie mir zugewunken. Da weinte ich innerlich schon. Ich habe mich ins Auto gesetzt wie ein begossener Pudel und in einem Flashback sah ich die schönsten Momente aus ihrem Leben noch einmal vorbeiziehen. Dann habe ich laut Bohemian Rhapsody angemacht, es einmal zugelassen und richtig durchgeheult, erzählt sie im Interview mit PromenewsTV. Jetzt telefonieren Mutter und Tochter immerhin alle paar Tage miteinander. Wie wichtig ihr ihre Kinder sind, mache Maite Kellys auch schon im Gespräch mit SWR1 klar. Sie sei zuerst immer Mutter. Ich teile das auf. Ich gehe in die virtuose Welt nur, wenn sie in der Schule sind. Für mich ist die Mama Zeit, oder die Zeiten, wo die Kinder zu Hause sind, heilig. Meine Kinder wissen, dass ich immer zuerst die Mama bin und die Arbeit und Kunst an zweiter Stelle komme, versicherte die Künstlerin. Die Kinder ihrer Geschwister stehen hingegen sehr wohl in der Öffentlichkeit, wie etwa Angelos Kellys Sohn Gabriel. Maite Kelly steht ihrem Neffen Gabriel allerdings nicht nahe und verriet auch die Gründe dafür.